Der Einfluss auf meine Beziehungen war der, dass ich keine Beziehungen hatte. Also ich wurde durch meinen Pornokonsum fauler und schüchterner und ich hatte mich sehr gehen lassen und hatte auch auf die Körperhygiene nicht so wirklich geachtet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass durch die Pornografie ich Frauen zum Beispiel viel mehr sexualisiert habe. Also dass ich nicht den Charakter einer Person angesehen habe, sondern eher wie diese Person aussieht. Hey ihr Lieben und herzlich Willkommen zum Podcast Erwachsenwerden, lass machen. Der Coming-of-Age-Podcast der IKK-Klassik mit Vivi und Marco. Marco. Vivi. Weißt du eigentlich, dass ich heute schon drei oder vier Kaffee und einen Energydrink hatte? Ist mir nicht entgangen, ja, habe ich gesehen. Ich habe mir ehrlich gesagt auch schon Gedanken darüber gemacht. Ja, wieso? Aber ich dachte, schon ganz schön viel. Und irgendwie hatte ich auch das Gefühl, es muss immer so ein bisschen so nachgeschüttet werden. Schon ganz schön süchtig, koffeinsüchtig könnte man sagen. Ja, muss ich mir Sorgen machen. Ist es schon soweit? Ein bisschen. Okay, da reden wir vielleicht später nochmal drüber. Genau. Ja, aber speaking of Sucht. Ja. Von was kann man denn noch alles süchtig sein? Ja, das ist eine sehr gute Frage, denn heute geht es ja auch um das Thema Sucht, um eine ganz spezielle Sucht, die vor allem Männer betrifft. Und ich finde es gut, dass du so fragst, weil ich finde es auch wichtig, das erstmal als Suchtmittel auch einzuordnen. Wenn du so fragst, fällt mir als allererstes ein, man kann natürlich von Alkohol abhängig sein, süchtig sein. Das ist so, glaube ich, der Klassiker für mich jedenfalls in meinem Kopf. Ja. Was fällt dir noch ein? Ja, alle möglichen anderen Substanzen, Drogen, Medikamente, Nikotin, Medien, Social Media, Handy. Ja, Smartphonesucht. Spielsucht. Guilty. Spielsucht? Äh, nee. Sollen wir nochmal hier außerhalb quatschen? Zum Glück nicht, aber ich glaube schon, dass ich ein bisschen Smartphonesüchtig bin. Ja, ich auch. Also jedenfalls sagt meine Partnerin mir des Öfteren, du hängst ja schon wieder am Smartphone und ich bemerke es auch immer häufiger, aber ja, egal. Ich kenne auf jeden Fall viele Leute, die glaube ich Smartphonesüchtig auch sind. Medikamente fallen mir noch ein. Nasenspray. Ja. Ich hatte mal eine Ex-Freundin, die war von Nasenspray abhängig. Die hat damit angefangen und dann irgendwie nicht mehr aufgehört. Kenne ich auch einige Leute. Und damit kommen wir auch langsam, nähern wir uns an dem Thema, worum es heute gehen soll. Ja. Um eine ganz besondere Sucht, über die selten irgendwie gesprochen wird, weil das Thema, glaube ich, sehr schambehaftet ist. Absolut. Es ist die Pornosucht. Genauer gesagt, das habe ich jedenfalls so herausgefunden, spricht man auch von Pornografie-Nutzungsstörung. Du hast mich dann direkt korrigiert und hast gesagt, es ist ein zwanghaftes sexuelles Verhalten. Dazu kommen wir bestimmt später nochmal. Und ich will dich erst mal fragen, was denkst du denn, weil ich es auch enorm spannend finde, wie viele Menschen in Deutschland sind denn schätzungsweise Pornosüchtig? 5.000? 50.000? Oder sogar 500.000? Ich hätte eine Prozentzahl im Kopf, aber ich versuche jetzt extra mal nicht zu rechnen. Und wenn ich mir die Menschenmenge vorstelle, dann hätte ich wahrscheinlich erst mal 50.000 geschätzt, aber kann mir fast vorstellen. Vielleicht sogar mehr? Ja, es ist tatsächlich mehr. Also es sind 500.000 laut einer Studie. Es ist aber tatsächlich schwer zu sagen. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich höher, eben weil es so ein schambehaftetes Thema ist und nicht jeder in der Umfrage das so angibt. Es sind also drei bis fünf Prozent der erwachsenen männlichen Bevölkerung. Bei Frauen sind es unter ein Prozent. Und das ist aber trotzdem, also vor allem bei den Männern enorm viel. Drei bis fünf Prozent. Auch 500.000 gesamt, das ist ungefähr das Dreifache der Einwohnerzahl von der Stadt, in der ich lebe. Ist schon echt enorm viel. Und mir stellen sich bei dem Thema auch sofort einige Fragen. Wenn ich an Pornosucht denke oder an Pornos, dann verknüpfe ich damit auch automatisch Selbstbefriedigung. Und da habe ich die Frage, ist denn gegen Selbstbefriedigung was einzuwenden? Weil, also ich meine, die hat ja auch psychologisch, körperlich, mental mit Sicherheit ihren Zweck. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir jetzt nicht hier so einleiten, dass jemand auf die Idee kommen könnte. Selbstbefriedigung wäre per se etwas Schlimmes, etwas Schlechtes. Das wollen wir jetzt nicht verteufeln. Nein, also aus psychologischer Sicht hätte ich gar nichts dagegen einzuwenden. Im Gegenteil, das kann sogar schon mal auch in Psychotherapien, gerade wenn es um das Thema sexuelle Funktionsstörungen geht, kann Selbstbefriedigung auch schon mal ein Thema sein und eher dazu ermutigt werden, wenn es zum Beispiel helfen kann, den eigenen Körper besser kennenzulernen. Für viele Menschen hat es vielleicht auch was mit Selbstliebe zu tun. Von daher, in dem Zusammenhang, nö, habe ich nichts gegen einzuwenden. Okay, alles klar. Das ist ja schon mal gut. Dann können wir ja alle weitermachen mit dem Podcast. Wann ist man denn eigentlich pornosüchtig? Wann wird Konsum ganz genau zur Sucht eigentlich? Kann man das irgendwie beziffern? Ist das irgendwie ähnlich zu anderen Süchten? Ja, voll. Okay. Also bei Abhängigkeiten, bei Süchten gibt es immer eigentlich ein ähnliches Muster oder bei den Kriterien auch irgendwie Ähnlichkeiten. Wir hatten jetzt am Anfang ja schon mal gesagt, dass es um das zwanghafte Sexualverhalten geht. Also so heißt dann irgendwie die Diagnose, auch wenn das jetzt für den einen oder anderen erstmal komisch klingt. Das ist eine Diagnose im ICD-11, wurde da auch neu mit reingenommen. Und der ICD, das ist das International Statistical Classification of Diseases in Related Health Problems. Also einfach gesagt quasi die internationale Klassifikation der Krankheiten, wo wir auch alle psychischen Diagnosen finden. Da ist diese Diagnose eingetragen. Und um diese Diagnose zu vergeben und quasi dann umgangssprachlich als pornosüchtig diagnostiziert zu sein, braucht es erstmal ein starkes Verlangen nach dem Suchtmittel, also nach Pornos schauen. Eine wahrgenommene, verminderte Kontrolle über dieses Verhalten. Also dass ich das Gefühl habe, ich würde vielleicht gern weniger gucken, aber ich kann das eigentlich gar nicht mehr so gut kontrollieren. Kriegst nicht mehr in den Griff. Genau. Eine Toleranzentwicklung auch, also dass ich immer mehr tolerieren kann und immer mehr brauche, um mich gut zu fühlen. Entzugssymptome. Also dass, wenn ich es versuche sein zu lassen, unangenehme Symptome habe. Das ist zum Beispiel eine Aggression oder eine Ungeduld, eine Nervosität. Genau. Nervosität kann das sein. Starkes Verlangen eben. Konzentrationsschwierigkeiten wahrscheinlich, wenn ich gerade bei der Arbeit bin oder weiß ich nicht wo, weil man am Abendessen mit der Familie sitzt und merkt so, boah, das geht jetzt schon drei Stunden. Okay, verstehe. Das kann natürlich auch dazu führen, dass dann andere wichtige Bereiche vernachlässigt werden, weil zum Beispiel der Pornokonsum immer mehr Zeit einnimmt. Mit wichtigen Bereichen meint man dann immer so das Arbeitsleben, Privatleben, Beziehungen zu anderen und so. Wenn es da irgendwie einen Einfluss drauf hat, wäre auch ein Warnsignal und mit ein Diagnose-Kriterium. Wenn ich weitermache, obwohl ich merke, es schadet mir, ich habe einen Leidensdruck, ich habe irgendwelche Nachteile davon, wäre auch sowas, was für die Sucht spricht. Und diese Einschränkungen in wichtigen Lebensbereichen, die müssen dann, um so eine Diagnose zu bekommen, seit mindestens sechs Monaten bestehen. Okay, also da muss ich nochmal nachhaken. Das heißt, wenn ich keinen Leidensdruck habe, bin ich auch nicht pornosüchtig? Also wenn es mir damit gut geht? Ja, im Prinzip ja, gut aufgepasst. Eigentlich ja bei jeder psychischen Erkrankung, wenn gar kein Leidensdruck für mich oder andere um mich herum besteht, was soll ich dann diagnostizieren? Also dann würde ich keine Erkrankung diagnostizieren. Wenn es gar keine Nachteile für niemanden irgendwie hat, dann würde ich auch nicht von einer Krankheit sprechen. Also man kann definitiv nicht sagen, habe ich jetzt rausgehört, dass wenn ich vier Stunden, fünf Stunden, sechs Stunden am Tag, pro Woche, wie auch immer Pornos gucke, dass ich dann automatisch auch süchtig bin. So eine Regel scheint es nicht zu geben. Du meinst so eine Regel, so und so viele Stunden und dann bist du süchtig, dann ist das Problem so und so schlimm. Nee, also das geht ja miteinander einher, dass wenn ich süchtig bin, dass dann da die Stundenzahl steigt. Und es kann auch ein Warnsignal sein. Warnsignal ist vielleicht ein gutes Wort dafür, aber es steht jetzt nicht da geschrieben, ab so und so viele Stunden, dann bist du süchtig und darunter nicht. Das gibt es nicht. Alright, danke fürs Aufklären. Ich finde es toll, dass wir heute auch einen sehr mutigen Gast gefunden haben, der öffentlich über seine Sucht spricht mit uns heute und das auch schon getan hat. Sein Name ist Lee Dreyer. Er ist Autor, denn er hat schon ein Buch über Pornosucht geschrieben. Das heißt, nie wieder, wie Pornografie dich zerstört und wie du Pornografie zerstören kannst. Spannend finde ich, das ist die, als ich es auf einer Plattform gefunden habe, wo man es kaufen kann, ist es die Nummer 181 in der Therapie psychischer Krankheiten. Das heißt, man spricht definitiv von einer psychischen Krankheit und es scheint ja schon auch ein Thema zu sein in der Gesellschaft. Sagt ja viel über die Verbreitung davon aus. Ich habe auf der Plattform auch einen Text von ihm gefunden, den er an seine LeserInnen direkt richtet und den würde ich am liebsten einmal kurz vorlesen. Ja, bitte. Weil ich den ganz ergreifend und spannend fand, was so seine Intention dahinter war, das Buch zu schreiben. Hey Bro, wenn du diese Zeilen liest, teilen wir womöglich ein Schicksal. Also er adressiert es auch direkt an Bros, an Männer. Teilen wir womöglich ein Schicksal, ein Schicksal, welches unser Leben an eine Art Kette gebunden hat. Ein Schicksal, welches unser Potenzial im Leben einschränkt und erhebliches Leid auslöst. Du schaust Pornografie, obwohl du es eigentlich lassen willst. Da ich selbst von der Pornosucht betroffen war, weiß ich, wie schambehaftet und schwierig diese Situation sein kann. Es hat mich knapp sechs Jahre meines Lebens gekostet, diese Sucht vollständig zu besiegen und ich kenne viele, bei denen es noch viel länger gedauert hat. Also auch echt enorm lang. Deswegen hoffe ich, dass dieses Buch eine Abkürzung für diejenigen sein kann, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich damals. Denn ich kann dir eine Sache sagen, diese Sucht zu verlieren mag zwar schwierig erscheinen, aber am Ende wird es sich lohnen. Doch dieses Buch ist nicht nur für diejenigen gedacht, die tief in den Klauen der Pornosucht gefangen sind. Im Verlauf der kommenden Seiten wirst du erkennen, dass der Konsum von Pornografie selbst in scheinbar moderaten Mengen schädliche Auswirkungen haben kann. Die Lüge des moderaten Konsums ist eine der Hauptgründe, weshalb ich dieses Buch schreibe. Ja, klingt ganz schön emotional, kann ich mir vorstellen. Nach einem langen Weg, den er da gegangen ist, einem langen, schwierigen Weg. Und auch interessant, dass er den moderaten Konsum auch anspricht. Also nicht nur den exzessiven, sondern dass er sagt, den moderaten, den könnte man auch schon vielleicht hinterfragen. Ja, total. Also er warnt auch quasi vor der Verharmlosung davon. Es erinnert mich ein bisschen so an, wenn man sagt, Mensch, du trinkst ja ganz schön viel. Ja, nee, aber es ist nur mein Feierabendbierchen. Das brauche ich einfach jeden Abend. Jeden Tag die ein bis drei. Ja, genau so. Und da kenne ich auch die ein oder andere Geschichte von Freunden, wo ich, die irgendwann später auch dann dazu geführt hat, dass die Person doch erkennen musste, ja, doch, da ist schon eine Abhängigkeit. Auch aus wissenschaftlicher Sicht fallen mir da vielerlei Gründe ein, warum man im moderaten Pornokonsum zumindest mal hinterfragen könnte. Oder es ist interessant, was für Zusammenhänge sich da zeigen. So ein Pornokonsum kann nämlich zu unrealistischen Erwartungen an Sex führen. Es gibt Studien, die zeigen eine Korrelation, also einen Zusammenhang zwischen Pornokonsum und einer geringeren sexuellen Zufriedenheit und auch insgesamt Beziehungszufriedenheit. Er kann Gewaltbereitschaft gegenüber Frauen steigern, leider, weil sehr viel Pornografie eben die Darstellung von Gewalt oder aggressiven Handlungen und oft gegenüber Frauen zeigt und dass das uns so ein bisschen bewusst oder unbewusst für uns normalisieren kann. Das kann auch dazu führen, dass wir dann im Endeffekt weniger Empathie gegenüber Opfern von Gewalt haben, was natürlich auch nicht so schön ist. Und einige Studien haben auch Zusammenhänge zwischen dem Konsum gewalthaltiger Pornografie und einer erhöhten Wahrscheinlichkeit für gewalttätiges oder aggressives Verhalten gegenüber Frauen gefunden. Also das finde ich schon richtig krass. Man ist sich zwar nie so ganz sicher, wie es da mit der Kausalität aussieht. Also man weiß nicht, was bedingt was und gibt es vielleicht noch andere Dinge, die das beeinflussen. Aber zumindest gibt es einen Zusammenhang. Genau. Kommen wir jetzt mal zum Gast. Wir wollten von Lee wissen, wann hast du denn eigentlich gemerkt, dass dein Pornokonsum überhandnimmt und welche Auswirkungen hat das auf dein Leben gehabt? Ich habe gemerkt, dass mein Pornokonsum schädlich war, als ich versucht habe aufzuhören. Ich habe für sehr viele Jahre Pornografie konsumiert und wusste nicht über die negativen Folgen davon Bescheid und als ich dann versucht habe aufzuhören nach mehreren Jahren, wo ich unwissend in der Sucht war, habe ich gemerkt, dass das viel, viel, viel schwieriger war, als ich mir das Ganze vorgestellt habe. Deswegen habe ich es erst dann gemerkt, dass sehr viele Probleme, die ich in meinem Leben vorher hatte, davon ausgelöst wurden. Also falls jemand nicht versteht, warum Pornografie das auslösen kann, das hat zum Beispiel mit dem Thema Dopamin zu tun. Also wenn man halt Pornografie schaut, dann bekommt man einen gefälschten Dopaminstoß, den man so mit dem einfachen Aufwand nicht bekommen würde. Das heißt, dass man dann auch lernt, sozusagen fauler zu werden. Also ich würde nicht sagen, dass es für jeden so ist, aber es war halt eben bei mir so, dass ich durch den Pornokonsum fauler wurde, unproduktiver wurde, schüchterner wurde und so weiter. Und ich hatte gemerkt, dass ich irgendwann auch in eine sehr starke Pornosucht kam, also zum Beispiel acht Mal am Tag Pornos geschaut habe und dass sich diese Zeit extrem schlimmer gefühlt hat und ich gar keine andere Wahl hatte, als zu erkennen, dass Pornografie einen schädlichen Einfluss auf mich nimmt, als ich versucht habe aufzuhören. Okay, krass. Klingt nach so einem echt schleichenden Reinrutschen und auch nach so einem ziemlich blöden Erwachen, weil er es ja erst gemerkt hat, als er eigentlich aufhören wollte und das dann gar nicht so einfach war. Interessant. Und spannend finde ich auch das Thema Dopamin. Das war mir jetzt so gar nicht so bewusst. Dopamin ist ja das Glückshormon, oder nicht? Also bringe ich jetzt persönlich erst mal gar nicht sofort mit Pornografie in Verbindung, aber das Thema wird ja auch irgendwie in anderen Bereichen größer. Habe ich neulich gehört, auch Smartphones lösen ja Dopamin aus. Da gibt es verschiedene Mechanismen, die entwickelt werden in Apps und auch in den Smartphones selbst, die uns ja dazu bringen, da immer wieder reinzuschauen, immer wieder zu gucken, was gibt es Neues. Und das wiederum löst Dopamin aus. Das ist ein spannendes Thema und es scheint auch, wenn ich es richtig verstehe, so eine Art von zu viel zu geben von Dopamin. Würde ich vielleicht nicht ganz genau so ausdrücken, aber ja, also Dopamin spielt eine wichtige Rolle. Wir haben in unserem Gehirn ein Belohnungszentrum und viele Suchtmittel sprechen das an, wodurch dann dort Dopamin ausgeschüttet wird. Und Dopamin, unser Glückshormon, hast du schon gesagt, löst dann bei uns ein super positives Gefühl aus. Und das wiederum führt natürlich auch zu einer positiven Verstärkung des Verhaltens, was dazu geführt hat. Also in dem Fall zum Beispiel Pornos konsumieren, weil wir immer wieder dieses gute Gefühl haben wollen, dieses Glückshormon. Das heißt, wir sind dann bestrebt, immer wieder dieses Verhalten zu zeigen und das legt natürlich den perfekten Grundstein dann auch, um eine Sucht hinterher zu entwickeln. Okay. Und was die Sucht dann unter anderem aufrecht erhält oder vielleicht auch wachsen, steigen lässt, ist, dass sich die Rezeptoren im Gehirn verändern oder anpassen. Rezeptoren sind quasi wie so Andockstellen, wo das Dopamin andockt. Die können weniger sensibel werden, also dass wir quasi immer mehr Dopamin später brauchen für das gleiche Gefühl. Kennen wir ja auch von anderen Abhängigkeiten oder auch von der Alkoholgewöhnung und Toleranz, die wir aufbauen, dass es dann später immer mehr braucht, bis wir dieses gute Glücksgefühl bekommen. Kann man auch so dann in dem Fall auf die Pornosucht übertragen, dass ich dann immer mehr schauen muss. Er hat gesagt, wie viel Zeit das in Anspruch bei ihm genommen hat, Lee. Dann gibt es noch so diesen Punkt der negativen Verstärkung, also dass, wenn ich dann in der Sucht, in der Abhängigkeit bin und versuche aufzuhören, dass dann eben Entzugssymptome kommen, also sehr, sehr unangenehme Symptome, die mich eigentlich darin bestärken, nochmal zurückzugehen zu dem Verhalten, das ich eigentlich sein lassen möchte, weil ich möchte nicht die Entzugssymptome haben. Ja, und allgemein so das ganze Thema Neuroplastizität ist eigentlich in dem Zusammenhang sehr, sehr spannend. Ich weiß nicht, ob du schon mal das Wort Suchtgedächtnis gehört hast und dass, wenn man einmal zum Beispiel von Alkohol abhängig ist, eine Sucht entwickelt hat, die irgendwie auch ein Leben lang mit sich rum trägt, weil sich eben neuronal Strukturen so gebildet und angepasst haben, dass unser Gehirn diese Sucht quasi nicht vergisst. Finde ich total krass, weil irgendwie rechnet man ja nicht damit oder man hat es nicht auf dem Schirm. Ich habe es auch nicht auf dem Schirm. Man guckt sich sowas an und der ganze Körper verändert sich dadurch. Also die Rezeptoren verändern sich und stumpfen ja wortwörtlich wirklich auch ab. Also wir stumpfen auch wirklich ab, die Rezeptoren. Und dass das dann Auswirkungen hat auf unsere Beziehung, auf unsere Sexualität, weil die Reize vielleicht, also reale Reize in einer Beziehung, in der Sexualität mit dem Partner oder der Partnerin dann nicht mehr ausreichen, ist ja irgendwie, also liegt ja dann so auf der Hand und muss ja krasse Auswirkungen haben. Und dazu hat Lee uns tatsächlich auch was erzählt. Das hören wir uns jetzt mal an. Jawohl. Der Einfluss auf meine Beziehungen war der, dass ich keine Beziehungen hatte. Also ich wurde durch meinen Pornokonsum fauler und schüchterner und ich hatte mich sehr gehen lassen und hatte auch auf die Körperhygiene nicht so wirklich geachtet. Und ich hatte auch das Gefühl, dass durch die Pornografie ich Frauen zum Beispiel viel mehr sexualisiert habe. Also dass ich nicht den Charakter einer Person angesehen habe, sondern eher wie diese Person aussieht, wie groß ihre Brüste sind oder wie groß ihr Po ist. Ja, das waren die Dinge, die mich eher interessiert haben als der Charakter einer Person. Und seitdem ich aufgehört habe, Pornografie zu schauen, hat sich das komplett ins Gegenteil verwandelt. Ja, ich interessiere mich viel weniger für das Aussehen einer Person, sondern viel mehr für die inneren und die charakterlichen Werte. Und außerdem hatte ich, als ich geschaut habe, Erektile Dysfunktionen, also dass ich keinen mehr hochbekommen habe. Und das war auch eine sehr schwierige Erfahrung. Puh, klingt ehrlich gesagt nach einer krassen Minusrechnung, Pornos zu schaffen. Klingt auch nach einem belastenden und irgendwie auch nach einem traurigen Verlauf, den das so nehmen kann. Wenn man sich überlegt, dass man dann so, also dass er, er hat es erzählt, dass er faul wird und Körperhygiene lässt nach. Die Sexualisierung von Menschen auch, er läuft nur noch rum und sieht irgendwie, ja nur noch sexuelle Objekte in anderen Menschen. Und dann kommt auch noch eine Erektile Dysfunktion dazu, was ja auch nochmal zusätzlich wirklich sehr belastend sein kann. Ganz schön heavy, muss ich sagen. Und ich glaube, ganz wichtig ist auch nochmal dazu zu sagen, er hat sich das natürlich nicht ausgesucht. Also das ist etwas, in das man genauso wie in andere Süchte auch schleichend reinrutscht und einfach schwierig nur wieder rauskommt. Ja, eine Sucht ist eine Erkrankung. Es fällt vielen Menschen, glaube ich, schwer, das so anzusehen, so anzuerkennen, aber das sucht man sich nicht aus. Es hat zu viele Nachteile dafür und ja auch einen sehr schweren Weg wieder raus. Nicht unmöglich, aber einen anstrengenden Weg. Es ist ganz individuell, wie wir da irgendwie psychisch vorbelastet sind, was uns im Leben passiert, welche Ressourcen wir mitbringen oder nicht, welche Strategien wir auch im Umgang mit Problemen gelernt haben oder nicht gelernt haben. Weil so ein Konsum und dass die Suchtmittel ja oft auch eine Bewältigungsstrategie am Anfang sein können für den Umgang mit Problemen. Davon hängt es eher ab, ob man dann da in der Sucht rutscht oder nicht und nicht von einer bewussten Entscheidung dafür. Dann wollten wir natürlich von Lee auch noch wissen, welche Tipps und Ratschläge er den Menschen geben würde, die ebenfalls mit einer Pornosucht zu kämpfen haben und nach Unterstützung suchen. Ich würde auf jeden Fall als allererstes erstmal empfehlen, den Charme abzulegen und erst einmal offen mit Menschen darüber zu reden und zu erkennen, dass das Ganze kein Einzelproblem ist, sondern dass es ein Problem ist, dass Millionen, wenn nicht sogar Milliarden von Männern auf dieser Welt betrifft. Das ist erst einmal etwas, was sehr viel Charme wegnimmt und dass man diese Charme wegnimmt, das ist der erste Schritt. Dann ist es ganz wichtig, dass man reflektiert, dass man bewusst rückfällig wird, dass man sich nach einem Rückfall nicht komplett fertig macht, sondern dass man reflektiert schaut, was hat man falsch gemacht und das Ganze logisch und mit einem kühlen Kopf analysiert. Und dann der letzte Schritt ist die Abstinenzphase. Also dass man, wenn man davon wirklich freikommen möchte, dann kommt kein Weg meiner Meinung nach daran vorbei, eine komplette Pornoabstinenz abzulegen. Also es ist meiner Meinung nach unmöglich, sich von einer Pornosucht wirklich langfristig zu entfernen, wenn man nicht komplett abstinent lebt. Also viele Menschen machen das auch so, dass sie zum Beispiel auch eine Zeit lang auf und sich in Selbstbefriedigung verzichten, weil ihnen das hilft, weiter von diesen Gedanken wegzukommen. Und das kann ich unter anderem sehr empfehlen. Deswegen würde ich diese drei Dinge empfehlen. Erst einmal Charme wegnehmen, dann Rückfälle reflektieren und dann auf jeden Fall die Abstinenz. Und ich würde empfehlen, das Ganze mit einer Vertrauensperson durchzuziehen. Okay, spannende Punkte, die er da genannt hat. Richtig gute Tipps auch. Und ich finde es wichtig, dass wir da jetzt nochmal drauf eingehen, dass wir das nochmal wiederholen. Nummer eins, hat er gesagt, ist die Charme ablegen. Am besten offen drüber reden. Das ist vermutlich bei vielen anderen Süchten genauso, dass man einfach anfängt, darüber zu sprechen, dass man es nicht für sich alleine behält, weil es den Leidensdruck, glaube ich, auch erhöhen kann. Und dabei kann auch helfen, dass man sich bewusst macht, dass man damit nicht alleine ist, sondern dass viele Millionen von Männern vermutlich auch unter Pornosucht leiden. Und dann vielleicht auch zu schauen und zu reflektieren, wie konnte diese Sucht denn überhaupt entstehen? Gab es auslösende Faktoren? Aufrechterhaltende Faktoren? Ja, wo lagen so die Ursachen? Das kann super, super schwierig sein, alleine nachzuvollziehen. Deswegen ist es zum Beispiel auch was, was man in der Psychotherapie machen würde. Kann sich aber lohnen, weil wenn ich mir gar nicht darüber im Klaren bin, wie ist das entstanden, ist es vielleicht auch schwierig, Rückfälle oder so später zu vermeiden. Oder dass es nicht die ganze Spirale nochmal von vorne losgeht. Also auch eine Ursache tatsächlich vielleicht ausmachen in der Therapie. Oder mehrere. Wahrscheinlich sind es eher mehrere Sachen, die zusammenkommen. Aber genau, das wäre wichtig, denke ich. Und wir haben ja eben das Thema Dopamin, Belohnungszentrum angesprochen und so dieses Thema Bewältigungsstrategie von Problemen. Also vielleicht zu schauen, wie kann ich mir das denn anders holen? Wie kann ich das, was mir in dem Fall der Pornokonsum gegeben hat, diese Dopaminausschüttung unter anderem, wie kann ich das anders bekommen? Und wie kann ich anders mit Problemen auch umgehen, falls das von mir eine problemlöse Strategie war? Eine gesunde Ersatzbefriedigung dafür quasi. Okay. Dann hat er noch gesagt, bewusst rückfällig werden, was ich auch einen spannenden Punkt finde, weil das ja schon was anderes ist, wenn man bewusst rückfällig wird. Und ich glaube, viele Leute verbinden Rückfälligkeit automatisch auch mit, ja, so ein bisschen einem schlechten Gewissen und so Selbstbestrafung. Mit bewusst rückfällig werden meinst du, dass wenn man rückfällig, wird das bewusst reflektiert, oder? Und nicht, dass man extra rückfällig wird. Nee, genau. Das habe ich am ersten Moment gedacht. Dass man es mitkriegt. Also ich glaube, man kann rückfällig werden, mehr oder weniger, ohne es wirklich mitzukriegen. Man rutscht in die Sucht einfach wieder rein und verfällt ihr komplett. Und man kann es ja auch mitkriegen, dass man gerade wieder rückfällig wird, sich ein Porno anguckt und merkt, hey, das ist etwas, eigentlich wollte ich das nicht mehr tun und ich schaffe es gerade nicht und ich tue es trotzdem. Und ich finde, das ist dann mit sich selbst auch ein anderer Umgang, also ein sanfterer Umgang auch. Dazu plädiert er ja auch zu sagen, sei da gut zu dir und verzeih dir da auch, sei sanft und geduldig mit dir, wenn du rückfällig wirst, weil der andere Weg ja wäre, sich selbst zu bestrafen, sich noch mehr Druck zu machen, was tendenziell vermutlich eher zu einer Problemverschlimmerung führt. Also quasi den Rückfall als Lerngelegenheit, Lernchance wahrzunehmen und zu schauen, wie kam es überhaupt zu dem Rückfall? Was habe ich vielleicht übersehen an Risikosituationen oder Faktoren, die das nochmal triggern könnten? Kann ich ja auch daraus lernen, um dann in Zukunft das zu vermeiden. Genau, also in gewisser Weise ein bisschen analytischer damit umgehen. Und zu guter Letzt sagt er auch, dass zu jedem Aufhören eben am Ende auch dann die Abstinenzphase gehört, was ja irgendwie auch klar ist, dass man eben, wenn man mit etwas aufhören will, eben nicht drumherum kommt, auch abstinent zu werden und das am besten auch mit einer Vertrauensperson durchzieht, die einen eben auch nicht verurteilt, dass man das Problem erstens überhaupt hat und zweitens vielleicht auch rückfällig wird. Ja, und oder in der Therapie, weil eine Abhängigkeit, also haben wir eben darüber gesprochen, ist ja auch immer noch eine psychische Erkrankung, eine Diagnose, der es auch eigentlich, denke ich, einer Behandlung irgendwie bedarf. Aber da kann die Vertrauensperson ja auch bei helfen, vielleicht den Schritt zu wagen. Und mit der Abstinenz, ja, macht total Sinn, vor allem wenn wir uns nochmal erinnern an Neuroplastizität und wie sich Strukturen im Gehirn wirklich verändern, dass man deshalb da irgendwie eigentlich langfristig nicht so drumherum kommt. Ich bin auf jeden Fall mega dankbar, dass sich Lee uns da so geöffnet hat und anvertraut hat und glaube, dass das auch hilfreich sein kann für viele, die das jetzt vielleicht gehört haben und noch gar nicht so reflektiert haben. Hey, ja, bin ich vielleicht auch pornosüchtig, wenn ich mir jeden Tag Pornos angucke, auch im moderaten Konsum. In dem Sinne vielen Dank, Lee. Vielen Dank, Vivi. Vielen Dank, Marco. Deine hilfreichen Tipps und den Input. Und ja, wir sind hier am Ende der Folge angelangt. Genau, wenn du jetzt gerade die Folge hörst und dich da noch weiter informieren möchtest oder Hilfe finden möchtest, dann schau doch gerne mal in den Shownotes vorbei, da haben wir wieder allerhand verlinkt. Und natürlich gibt es auch mehr Infos auf der Podcast-Website, das wäre ikk-klassik.de slash podcast. Sehr schön gesagt. Danke. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Sache noch, falls ihr mehr Content dieser Art möchtet, dann folgt der ikk-klassik auf Instagram und TikTok und wenn ihr keine Folge des Podcasts mehr verpassen wollt, aktiviert auf jeden Fall die Benachrichtigungen über eure Bewertungen auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Freuen wir uns natürlich auch.